Viele Hausbesitzer wie Klaus nutzen immer noch Ölheizungen. Sie wissen, dass es an der Zeit ist, auf nachhaltigere Optionen umzusteigen, sind aber besorgt über die Kosten und den Aufwand. Hier kommt Duett ins Spiel. Ob eisige Kälte oder milder Winter, das Hybrid-Heizsystem von Busch wählt immer den effizientesten und kostengünstigsten Weg, um Ihr Zuhause zu erwärmen. Duett bietet Flexibilität und Effizienz. Egal, ob Sie Heizkörper oder eine Fußbodenheizung bevorzugen, Duett passt sich Ihren Bedürfnissen an und wählt automatisch die effizienteste Option. Wie sich die beiden Heizsysteme die Heizleistung teilen, kann individuell eingestellt werden. Bei über circa zwischen 0 und 5 Grad Celsius macht die Wärmepumpe Ihren Job. Darunter übernimmt die Pelletheizung. Mit zwei Wärmeerzeugern bietet Duett eine 200-prozentige Sicherheit. Fällt die eine aus, springt die andere ein. Und dann ist auch schon der Busch Kundendienst auf dem Weg. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Der optimale Einsatz des Duett-Systems führt zu einer hohen Lebensdauer und weniger Verschleiß. Da die beiden Systeme ihre Leistung aufteilen und so gut wie nie unter Volllast laufen. Investieren Sie in Duett und sichern Sie sich zwei Wärmeerzeuger mit allen Vorteilen fast zum gleichen Preis von einem Wärmepumpensystem. Machen Sie den ersten Schritt zu einem nachhaltigen Zuhause. Mit Duett. Und erfahren Sie zum Beispiel, wie die Wärmeerzeuger untereinander automatisch zusammenspielen. Oder wie auch eine PV-Anlage problemlos integriert werden kann. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren. Ach ja, profitieren Sie von den attraktiven Förderungen durch Land und Bund.